Hast du Bock auf einen selbst erstellten Hintergrund in DaVinci Resolve 17, der leicht animiert ist mit Farben deiner Wahl und dem Vortex-Effekt? Dann bist du in diesem Tutor genau richtig, denn genau das werde ich dir hier zeigen. Das Tutor ist auch absolut Anfängerfreundlich, du brauchst keine Vorkenntnisse haben. Zunächst einmal müsstest du dazu auf die Effects Library gehen, dann Effects und dann dir eine Fusion Composition in die Timeline reinziehen. Die ist per Default nur 5 Sekunden lang, aber das ist auch absolut ausreichend zum Erstellen des Hintergrundes und wenn du den dann später länger haben willst, kannst du das ohne Probleme dann im Nachhinein noch ändern. Dann wechseln wir also in den Fusion Bereich, ich schicke mal Media Output hier rein und wir holen uns die erste Node rein und zwar eine S-Ellipse Node. Dadurch, dass man sozusagen eine S-Ellipse Node verwendet und nicht die einfache Ellipse, kann man sich ein paar Nodes sparen, denn ich kann bei der S-Ellipse gleich hier die Farbe ändern. Und als nächstes muss ich aber noch eine S-Merge Node reinholen, denn ich werde mir gleich noch viel mehr S-Ellipsen reinholen und die müssen alle zusammen gemerged werden. Da reicht aber auch eine Merge Node, da diese S-Merge Node unendlich viele Eingänge besitzt und was diese S-Shapes auch noch immer dazu benötigen, ist eine S-Renderer Node. Und dann können wir das Ganze auch schon verbinden, obwohl ich hier noch weitere Nodes dann zwischendrin noch komme. Ich lasse mir mal die S-Renderer Node im ersten Viewer anzeigen. Und dann können wir uns schon auch Farben für unseren Hintergrund aussuchen. Ich verwende, wie bereits auch schon mal im anderen Tutorial erwähnt, gerne solche Farbpaletten, solche vorgefertigten Farbpaletten, wo ich mir nicht so selber den Kopf machen muss, wie stelle ich mir die Farben jetzt perfekt zusammen. Und ich würde sagen, wir verwenden mal diese hier für das Tutorial und ich kopiere mir die Farben einfach rein. Das war jetzt aber beliebig ausgewählt. Du kannst für deine Zwecke auch selbstverständlich eine andere Farbpalette wählen oder selber individuelle Farben aussuchen. So, ich mache mal das erste so dunkelblau, dann wie gesagt, ich kopiere das, also ich mache STRG-C, dann klicke ich hier einfach in den Raum rein, STRG-V und dann verbinden wir das mit der S-Merge Node. Wir können die hier versetzen, ein bisschen so groß machen und jetzt wie gesagt noch die Farbe anpassen. Und ich mache das jetzt so lange, bis das Ganze hier flächenfüllend ist mit solchen Kreisen bzw. Ellipsen. So, dann hätten wir es sagen, die Basis für den Hintergrund erstellt. Das war jetzt hier wirklich so eine beliebige Anordnung, das hat jetzt keinen Anspruch auf Schönheit. Die S-Renderer-Node ist markiert und wir holen uns die nächste Node rein, nämlich die Displace-Node. Damit kann man das Ganze ein bisschen verschieben, aber für die Displace-Node brauchen wir noch eine Fast-Noise-Node. Das Ganze kommt hier rein. Und bei der Fast-Noise können wir auch noch ein bisschen Detail, Contrast und Breitness dazugeben. Das kann man sich auch anzeigen lassen, damit man ein bisschen sieht, was man macht. Dann können wir uns hier wieder den Media-Output hier anzeigen lassen und die S-Renderer-Node hier. Und bei der Displace-Node, da kann man noch Refraction-Strength so ein bisschen dazugeben, dass das noch so ein bisschen ineinander greift. Dann ist die Node markiert und wir holen uns als nächstes Directional Blur rein. Und beim Directional Blur als Length kann man mit Punkt 4 das Ganze erst einmal probieren. Und Angle geben wir ein 90, dass sich das Ganze dreht. Und man muss halt ein bisschen schauen, bei der Length, wie das einem passt. Man kann hier vielleicht noch ein bisschen variieren, dass das interessanter aussieht. Aber so passt das schon ganz schön. Und als nächstes folgt dann die Vortex-Node. Das ist die, die dem Ganzen das Interessante gibt. Und zwar mache ich die zunächst einmal groß, sodass die hier groß genug ist, um das Ganze sozusagen zu vereinnahmen. Und dann kann man hier auch nochmal Power ändern und Angle ändern, dass das hier sich so ein bisschen mehr eindreht. Und man kann auch den Centerpunkt verschieben, so wie man es halt gerne haben möchte, dass das ein schönes Muster ergibt. Und jetzt könnte man als letzte Abschluss-Node noch eine Blur-Node sich reinholen, damit diese ganzen Kanten nicht zu hart sind. Weil es soll ja ein Hintergrund sein. Und dann kann man das Ganze ein bisschen bluren. Und dann sieht das schön weich aus. Und zum Schluss möchten wir das Ganze noch ein wenig animieren. Ich schiebe die einfach nur zur Seite. Und nach der S-Renderer-Node, da hole ich mir eine Transform-Node, also XF einfach eingeben. Und die Transform-Node, die will ich jetzt animieren. Zunächst einmal die Edges. Die stellen wir uns von Canvas auf Wrap, sodass, wenn sich das gleich anfängt zu drehen, es hier nicht zu irgendwelchen Lücken kommt. Und bei Angle, da geben wir einfach ein Ist-Gleich und machen somit eine Expression rein. Und hier geben wir ein Time mal 0,1. Damit das Ganze nicht zu schnell ist, sondern alles schön langsam ist. Also ich habe so rausgefunden, als 0,1 finde ich, das sieht das Ganze noch schick aus und nicht zu hektisch, aber auch nicht zu langsam. Aber natürlich, wenn du anderer Meinung bist, kannst du hier einen anderen Wert eintragen. Und da wir jetzt hier Time eingetragen haben, können wir also im Edit-Bereich die Fusion-Composition so lang ziehen, wie wir möchten. Die wird immer bis zum Schluss animiert sein. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Und ja, da haben wir unseren schicken Hintergrund. Also du hast hier wirklich freie Wahl, wie du die Farben hier wählst. Dann bei der Fast Noise kannst du hier noch mit Details oder sonstigen Arbeiten, um das Gebilde zu verfeinern als Detail, Contrast, Brightness oder auch Scale. Das ändert auch das Ganze, wie das dann aussieht. Ich mache das mal wieder rückgängig so ein bisschen. Bei Displays kann man hier auch noch diese Sachen ändern und dann sieht das anders aus. Und bei Directional Blur kannst du auch die Length anpassen. Und was dir auch sonst noch alles einfällt, das darf natürlich auch alles angepasst werden. Mein Name ist Sofia, ich hoffe, die Tutorial und vor allem der Hintergrund haben dir gefallen. Solltest du noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreib mir gerne unten in den Kommentaren. Ich gehe gerne darauf ein und ich würde mich freuen, dich in einem anderen Tutorial wiederzusehen. Ich gehe gerne unten in den Kommentaren.